Wer sich in Mönchengladbach einmal so richtig auspowern möchte, ist hier genau richtig. Im Highfly Trampolin Park erwarten euch sportliche XXL Trampolin Flächen und verschiedene Stationen, an denen ihr eure Grenzen austesten könnt. Wer also seinen Geburtstag feiern oder einen besonderen Schulausflug verbringen möchte und nicht jünger als 6 Jahre alt ist, der kann sich hier bereit machen zum Abheben. 60 Minuten Flugspaß bekommt ihr hier ab 13 Euro. Infos über weitere Angebote könnt ihr auf der Webseite des Highfly bekommen.